Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Lego Indian Jones, die legendären Abenteuer! Fuck! Ähm, wir müssen gerade... Wir sind gerade im Gebirge. Und müssen gerade mal wieder fliehen. Hm! Wir müssen die ganze Zeit fliehen. Das ist ja das reiste Merez-Archia. Und das für Kleinkinder. Okay, Kleinkinder nicht direkt, aber Kinder halt. Ähm... NEIN! 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 I kill you! Okay, dann schieb ich dich eben... ...in die... ...und wechsel jetzt auf dich. Ja. Genau. Na, haha. Boink, 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 boink. Wir brauchen zwei, damit wir schwer genug sind. Marion, wie viel hast du denn letztens gegessen? ...dass du so schwer geworden bist. Du bist nicht mehr... Oh, ich hing fest! No! 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 Gut, du klingst. Ähm... Spring! No! Ich bin auch doof. Doof, genau. Ich bin doof. Ich bin doof. Oh, ich kann... Okay, es ist sächsisch. Else lässt es. Ja, ich bin doof. Ja, ich bin doof. Ähm... Ding, 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 ding. Marion, überhol mich nicht. Das tut meinem Ego nicht gut und damit kann ich nicht mehr stolz rettet sein. Ähm... Hier bräuchten wir einen Typen, der Hyroglyphen dienen kann. Also ein Buch! Den Hauch! Oh, Mann. Äh... Äh... Schauen wir einfach mal, ob wir so... ...auch so weiterkommen. Die will alles kaputt machen! Tritt, 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 Tritt. Wetten, gleich kommen wieder irgendwie diese Spaten an. Und verursachen einen Herzinfarkt. Bei mir. Boom. Kaboosh. Achso, das war alternativ. Ich hab doch noch ein... Ach ja, da brauch ich die Panzerfaust. Panzerfaust! Ich frage mich, ob es wirklich in Ordnung ist, dass man... Hey, nee! Bei einem Kleinkinderspiel so viel Gewalt reinpuckt. Boom. Fatz. Nein! No! No, no, no. No, no, no. No! Das lassen wir lieber. Das lassen wir lieber die Panzerfaust! 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 Rocket! Destroy everything! In die entire Welt. Warum gehst du nicht kaputt? So, damit wollen wir... Bevor ich diesen Hebel allerdings betätige... Ich wollte mir noch mal eine Panzerfaust. Die respawnen mich immer wieder. Land drauf! Uah! Now, Indie, you've got the power to defeat the Nazis. Okay. Frisch, Alter! So, das war's schon. Ähm, noch eine Panzerfaust. Hat ja jetzt echt gebracht. Aua! Unfair! Komm schon! Komm schon! Nur noch ein bisschen. Wenn das Level jetzt vorbei ist, dann dreh ich durch. Ich glaub, es ist jetzt vorbei. Es ist vorbei. Oder auch nicht. Nazi. Haha. Obwohl, in... ersten Teil gab's noch keinen Nazis, gell? Aua! Ich stand kurz vor dem... Ah, scheiße! Marion Ravenwood. Ich stand kurz vor diesem... Aua! Kott mir jetzt ihn an. Ich stand kurz vor dem Abenteureran. Winzig! Fert! Ganz winzig! Brrr! Fuuuuh! Ärgerlich. Aber jetzt gehen wir mal in die Universität. Hab ich ja versprochen. Brrr! Brrr! Brrr!